Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es auch schon gesehen, wir nehmen jetzt einen zweiten Bug auf, nämlich den Unsichkeits-Bag-Bag. Warte, was? Unsichkeits- Ich bin gerade extrem verwirrt. Okay, egal. Auf jeden Fall der Bug, wo man unsichtbar wird. So, ich habe nämlich mir einen Fahrplan gemacht, weil das echt schwer zu merken ist für so ein kleines Hamsterhirn. Deswegen Scherzenhörn. Erbsenhörn, genau. Ich habe die eine Hälfte, du hast die andere Hälfte. Nein, Spaß. Also, wir sind in einer Gruppe zusammen. Jetzt machen wir das Rennen bei Steves Farm und Hey, achso, jetzt geht das. Genau. Und wo reitest jetzt das Rennen? Und ich sage dir dann, wenn ich in Pferdeverkaufsdings drin bin. Du kannst langsam reiten, keinen Stress. So, ich gehe jetzt zu den Friesen. Reit im schönen Trab. Ich nehme den hier, weil der voll schön ist. Welchen? Nimmst du den in der Mitte, den ganz rechts oder den? Ich habe den, den ich mir auch gekauft habe, nämlich den Matten. So, jetzt bin ich drin, jetzt kannst du failen. Ja, beim Matten war ich auch. Du darfst failen. Ich habe ich auch. Wenn du willst, kannst du failen. Wenn du willst. Ihr anderen habt euch nämlich nicht nach Epona gemacht. Genau. Jetzt. Juhu. So, jetzt sehen wir. Du hast das ganze Rennen gemacht. Und deswegen hat das gedauert. Okay. Wir klicken auf OK. Und jetzt. Oh nein, ich habe auch keinen Schatten. Ach du Scheiße. Doch, doch, ich habe einen Schatten. Ich habe einen Schatten. Ja, ich habe einen Schatten. Ich habe irgendwie fast immer einen Schatten. So, das Pferdekauffenster tun wir hier ganz rechts oder links unten rein. Jetzt blende ich mal das Interface aus, wenn ich es hinkriege. Also, ich bin froh, dass ich einen Schatten drin habe. Wirklich. Das ist toll. Ich will hier mal irgendwo drüber springen. Also, ihr könnt auch springen, aber ja, ihr seht halt das Pferd nicht. Auf eigene Gefahr. Ihr seht halt nicht, wohin ihr springt oder in welche Richtung euer Pferd springt. Ihr könnt einfach nur springen. Einfach nur euer Übertitel. Springen auf eigene Gefahr. Genau. Der Sprung war gut. So, und Oh nein, das war nicht gut. So, jetzt steige ich mal ab. Jetzt bin ich wieder beim Pferd und ich bin immer noch unsichtbar. Jetzt kann ich aber auch nicht mehr absteigen. Jetzt ist nur noch meine Person unsichtbar. Okay. Wieder was gelernt? Das lässt sich jetzt auch viel einfacher lenken. Jetzt kann ich halt nicht mehr springen, sondern nur noch laufen mit der Person. Hallo, Steve. Steve und ich sind gerade auf Augenhöhe. Hey, nee, das ist nicht. Eigentlich, also ich gehe genau neben Steve. Ich sehe gerade auch gar keinen. Das Reiten hat mir irgendwie besser gefallen. Gut, okay. Wenn ihr keinen Bock mehr auf das ganze Spektakel habt, dann macht einfach das Pferdekaufenster zu. Ach so, jetzt ist mein Pferd noch irgendwo. Ist das Skyfall? Das ist mein Pferd. Ah, toll, 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 toll. So, da werden wir auch schon am Ende des Videos ankommen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ich würde mich von euch über ein Abo, ein Like oder ein Kommentar freuen. Hier oben rechts seht ihr jetzt noch so ein kleines i. Da verlinke ich euch noch... Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Also, hier oben seht ihr noch andere Videos von mir, wenn ihr auf das i klickt. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schön. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020